Was geht ab Leute, nur der Leute Games hier und wir starten heute das erste Let's Play im Jahr 2013. Ich habe schon vor ein paar Monaten gesagt, bevor das Reboot der Devil May Cry Serie erscheint, wovon ich natürlich am 15. Januar ein Let's Play machen werde, spielen wir vorher nochmal den vierten Teil der Serie. Ich habe den vierten Teil der Serie noch nie gespielt und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Und wenn euch das Video gefällt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das ist wirklich sehr. Danke für euren Support. Ja, ja! 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 Die Story goes that Sparta served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship him. Just like a god. Your Holiness! You got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. We must evacuate the residents back to headquarters. We're brought back as soon as you can. And be careful. They'll fight every now and then does make life a little more interesting. Don't you think? Set up. Go. Get out of here. No. That arrogant kid possesses demonic power. Why? Why did you do this? No, wait. This isn't what you think. Back to headquarters! She has nothing to do with this. Let her go! This is all Kratos doing. Let her go! Oh ja, genau das wollte ich hören. Die ersten drei Teile, die habe ich auch schon durchgezockt. Alle Videos sind dazu natürlich alle in meinem Channel. Okay. Und yep, das ist die PC-Version. Start. Neues Spiel. Tutorial. Oh, von mir aus. Ähm. Empfohlener-Modus für Neulinge. Ja. Okay. Automatisch. Natürlich auch's. Die ersten drei Teile. 10. Malet. Die ist weg. Die ist weg. Die ist weg. Untertitel. Die ist weg. Der pulled aus. Musik 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 Listen to my voice Calling you Calling you At all times Hear the camels cry of sin All this death of death on him On him Anna Tommy Joshua Dylan Yeah My mystery 2,000 Jahre vorhin, der Dark Knight, Sparda, der sich gegen seine Schäden und seine Schäden für die Wunschung. Aber, obwohl seine Wunschung in unseren Namen der Wunschung, ich glaube, dass einige die Wahrheit vergessen haben, von diesem großen Verbrechen. Wenn die Wunschungen dieser Schrecklichen Zeit geschehen würden, die Dämonischen und Menschen entdeckten, wir, die Schrecklichen Menschen, hätten keine Möglichkeit, bei welchem zu verabschieden unsere Submission. Und so, ich bitte Sie, um sich zusammenzuhalten, und bitte, dass, selbst wenn so eine dunkle Zeit des Chaos wäre, um uns zu wiederholen, unser Dankes Saviour würde uns aus der Wurzeln schützen. Dein uns bitte bitte. Nero, was ist falsch? Ich bin hier raus. Aber es ist noch nicht vorbei. All diese Prüfung macht mich zu schlafen. Ich bin hier raus. 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 Okay, rolle seitwärts. Überhaupt kein Problem. Hätte das Toiletor eigentlich auch sein lassen können, aber... Wow. Okay, vielleicht ist es. Okay, vielleicht auch nicht. Sicher ist sicher. Na komm. Ich bin hier raus. 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 Okay. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus.